Logische Seihau, herzlich willkommen zu... Äh? OG Fortnite? What's going on in Ohio? Hey Logo, warum nicht auf deinem Gaming-Kanal? Ich hab da so lange nichts hochgeladen, der hat keine Monetarisierung mehr. Wenn ihr mich also aus der Privatinsolvenz holen wollt, nutzt einfach mein Creator-Code-Logo. Alter, vor wie vielen Jahren war ich das letzte Mal in Fortnite online? Wie geh ich denn aus dem Baumenü raus? Hilfe? Warte mal, kann Türen jetzt irgendwie auframmen? Das ist nicht OG. Ich werd gleich gewontappt von irgendeinem Achtjährigen. Ey, immerhin einen weiblichen Skin am Start. Weil kleinere Hitbox und so, ne? Ist das ein echter Spieler oder sind das Bots? Okay, ich hab... Jetzt hab ich so ne komische Pyramide da drinnen. Scheiß drauf, ich mach das ohne. Jawoll! Was? Kommt hier noch einer? Es läuft! Wenn ich jetzt gleich bei meiner ersten Runde gewinne, kann ich das Spiel eigentlich direkt wieder von der Festplatte werfen, weil dann hab ich alles erreicht. Ich hab ein Problem, ich kann mich da eigentlich nicht reinbauen. Ich hab ihn sogar... Hey, 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 hey! Na, komm raus, zeig dich! Oh nein, nicht bauen, nicht bauen! Wo ist der? Digga, der ist anders cracked, der Typ! Digga, komm, chill mal! Eins auf! Yeah! Hahaha, ich kann auch... Glückwunsch, Zeitschirm. Oh, you're putting the popsicle inside me. Das ist übrigens Kane. Oh, 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 oh! Kane spricht kein Deutsch, aber wir sind schon seit vielen Jahren gut befreundet und er war sogar in meinem letzten Fortnite-Video zu sehen. Als ob das jetzt schon vier Jahre her ist. Sticking out your gat for the Wizzler. You're so skibbiddy. Jetzt reiß ich mal zusammen. Das einzige deutsche Wort in seinem Wortschatz ist übrigens Eisendrache. Ja, der Eisendrache, ja. We're we dropping, boys. Let's drop on der Eisendrache. When you see an enemy, just call Eisendrache, okay? Eisendrache! 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 Ja, ja, nein, ja! Der Eisendrache! Der Eisendrache! Der Eisendrache! Hahaha! What the f*** is this? Apfel... Mmm, some delicious coal over here. Ooooooh! Kab-booch! 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 Pffftt! Pffft! Pffft! Hiersendrache! Let the voice over me! Pffft! 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 It'll seem like you, like, re-cast me. You couldn't, you couldn't redo the video, so you just re-cast the voice actor. Yo, why does the tomato have a f***ing moustache blow? Pffft! 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 Pff! 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 Is this his ne's? How do you say, like, victory in German? Sieg. Sieg! Sieg! Oh, no! Pff! Top ten, de Mickey's Sammich. Ha, 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 ha! Nooo! Oh, I think I've mastered the German language at this point Danke schön, Reisendrache, nein What's going on in Ohio? Loch, Festung Loch, Loch in Ohio, Loch in Ohio Yo, it's the cube It's the cube How do you say the cube in... Würfel Würfel, Würfel, Lake, Würfel Alter, hab ich den geklaut Ah nee, da ist noch einer Da kommen Erinnerungen hoch Alter, endlich mal eine coole Sniper What the fuuuu Let's go, sind das Bots? Sind das echte Spieler? Ich bin anders gleich tot Jaaa, ne Runde Boogie Können wir bitte so tun, als ob das nicht passiert ist, ich hab wirklich gar nichts getroffen Jujutsu Kaisen? Junge, die Banane sieht übel mad aus Ah, da kommen Erinnerungen hoch Hey Ist das ein Bot? Hey Alter, komm, nein Nein Ah Oh nein, jetzt hab ich mich hier eingebaut Nein Bleib bitte weg Ich könnt's aufeditieren Ja, warte, warte, bricht's auf, komm Wuhuuu Natürlich halte ich mich an die Straßenverkehrsordnung Hä? Hä? Was ist denn mit dem los? Der laggt ja so halb Alter Er ist einfach ne Hand Hab ich ihn? Ja, er ist eingesperrt Nein, lauf nicht weg Was ist denn das? Eifhandschuhe Holy Spiderman? Huuu Das Ding ist cool Ich muss das jetzt einfach testen, kann ich mich? Let's go! Digga, wir haben einfach ne good time Kann man das nicht mal akzeptieren? Ja, okay, wenn man keinen Spaß versteht, dann mach ich halt wieder einen Abflug Man, ich wollt mich doch nur an sein Auto dranhängen Du hast mich bestimmt blockiert oder so Willst es nur nicht zugeben Ich hab dich nicht blockiert, ich hab hier so viel Interface, ich wüsste nicht mal wo ich das machen könnte Ich glaube nicht, dass das Menschen sind, das sind doch Bots, gegen die man spielt, oder? Hau dir den Großen rein Wenn jetzt jemand kommt, ne? Bist du schuld? Boah, das ist schon ne Ewigkeit her, dass ich so Lama gesehen hab Da ist ein Busch vor uns 157 Genockt, da ist ein Mate Oh, ich will ihn Boah, der hat mir aber übel eingegeben Den anderen hab ich gut Boah, Junge, was hat denn der da? Ein Jagdgewehr Ja Da ist noch einer Oben ist doch ein, ich wollt grad sagen, oben ist doch ein Thermometer Ich seh keinen Osten Oh Alter, irgendwas ist doch hier nicht koscher, ich schieße da die ganze Zeit drauf, es bemerkt mich niemand, hä? Wenn die grad kämpfen können, werden wir wirklich gut abstauben Ja, ich bin schon dabei Bickelt Da oben, da oben Auf den Berg, auf den Berg 142, äh, 243 hab ich ihm gegeben, so rum Okay Er ist weggesprungen Er ist ein Busch, er ist ein Busch Das sind die letzten beiden, gegen die wir jetzt kämpfen Ich würd sagen, wir pushen da jetzt einfach langsam drauf Da, der Busch, der läuft ran Digga 100 Einer knockt Ich kann aber fahren Wie geil ist das denn? Ja, hier bei mir ist einer Oh, da ist ein Mate Mann, ich wollte den einen eigentlich wegtragen, aber der ist dann in die Richtung Waffe gegangen Ist ja so cool, dass man Leute jetzt auch tragen kann Ey, ich push da sofort ran Einer knockt Beide down Ah, da ist noch jemand Hab einen genockt Ich bring ihn zu seinem Mate, warte Nein Ich komm mir den LKW nicht hoch 100er auf den linken Aua Der eine hat wieder einen Busch, Digga, willst du mich verarschen? Oh, das war ein anders saftiger Hit, den der auf mich gelandet hat Jetzt werden die safe pushen Anderer Mate von der Seite Den haste, den haste, den haste Let's go Schildpop Nochmal Gut Wir warten hier jetzt echt? Ja, so und kommt Wie kleinen Büsche Wenn wir den Hang da hoch schaffen, haben wir vielleicht noch bessere Karten Ja Oh, hier haben wir gute Deckung Lass sie einfach weiter schießen, lass sie einfach weiter schießen Wir bilden den ultimativen Busch Sie kommen? Der hat auch einen Busch, der ist über uns Das haben wir? Ja Wo ist der andere? Der Arbeiter hinten Yes Der kam einfach ins Pol Gib ihm! Na, ich roll dich ein Stück zurück Komm ich denn hier raus? Oh, auf Wiedersehen Digga, der trifft ja gar nichts Ich dodge dem, ich dodge alle seine Bullets Ich dodge alle seine Bullets Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ich hab... Ist das dumm? Ach, das ist der große Stuhl! Ah, Nostalgie Ich hab den einmal genockt Da ist ein Mei Oh mein Gott, oh mein Gott Push ihn! Bitte da! Ja, hack ihn tot! Ich komm auch, ich komm auch, ich komm auch Nee, ich kann ihn nicht hacken Das ist ein Bot, glaube ich, oder? Nein, das ist kein Bot Oh Aber der sah so wie ein Bot aus Giftgas! Hahaha Wir haben Giftgas, da hinten steht nur einer Digga, der hat ja auch gar nichts getroffen! Mann, ich wollte gerade auf ihn zurennen. So richtig bedrohlich. Der kriecht jetzt wahrscheinlich zu seinem Mate. Ich führe mich zu deinem Mate. Das will ich sehen. Ja, der ist da vorne beim Bus. Nein, nein, nein. Du bist so herzlos. Schau mal, ob du mich findest. Ich bin versteckt. Du bist ein Busch. Der ist hier hinter dem Stein noch. Schild ist weg. Ist tot. Ich habe noch ein HP. Also die, die da vorne kämpfen, das müssen jetzt eigentlich die letzten sein. Eingenockt. Ja, das war's.